Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 3. Sorry, dass es so lange gebraucht hat, weil ich hatte noch einen Auftrag zu erledigen. Ja, das passiert nicht bei Dauber. Gut. Dann werde ich mal rausgehen. So, ähm, was machen wir jetzt? Begibt sich zu, ah, genau, die heilige Rundfunkstation. Aber zuerst, wenn ich hier mal ein bisschen was einsacken, äh, so, ungewöhnlich. Ja, nee. Wir sammeln die ganzen neuen Sachen selbst. Gut. Da ist noch eine fette Truhe. Und da ist ne kleine Truhe. Alles in Ordnung. Ja, und da geht's rein. Gut. Dann Letzke. Dann hab ich mir mal... Wo müssen wir denn hin? Da, ganz hinten hin. Okay, alles klar. Ja, schieß ruhig. Okay. Ich komm da durch. Come on. Na gut. Willkommen bei der Heiligen Rundfunkstation. Danke. Unser täglicher Live-Scream startet in Kürze mit einem besonderen Gast. Bringt jetzt eure Opfer da, damit ihr euren exklusiven Chat für Iridium-Mitglieder genießen und hinter die Kulissen von Mord und Totschlag blicken könnt. Jetzt kommt der Augenblick, auf den wir alle gewartet haben. Begrüßt mit einem blutrünstigen Gebrüll unsere Gottkönigin, die erstgeborene Tyreen Parazzo. Was geht ab, Banditenweisen? Haha, hier ist die Gottkönigin Tyreen live und direkt aus der HRS. Wir streamen ihr Flipped aus und wir alle bereiten uns vor, in die große Kammer zu kommen. Wir haben heute ein paar neue Mitglieder und ratet mal was, sie haben uns die heilige Kammerkarte gebracht. Wenn sie dafür keinen besonderen Platz in der Familie verdient haben, weiß ich auch nicht. Aber nun muss ich kurz noch etwas Ernstes ansprechen. Ihr alle habt mich akzeptiert, auch wenn ich nicht als Banditin geboren wurde. Meine ersten Worte waren nicht Blutfede oder Brustkorbknacker. Trotzdem sind wir alle eine Familie und Familien halten zusammen. Die Party beginnt, nach ein paar Worten an meine Anhänger. Bleibt blutrünstig! Okay. 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 Da war man. Äh... Speicher. Hallo. Hallo. Wow. Die Waffen waren echt gut, äh, gut schon. Eines Lauch für Kramgassler. Du hattest die Eier, dir meine Narben direkt auf die Augeneppel tätowieren zu lassen. Du bist jetzt vermutlich blöd, aber wow, ich bewundere deine Hingabe. Achtschaf aus diesen Idioten! War die Echten überhaupt real! Hallo. Boah, scheiße, das ist wahr. Das war das falsche... Oh, da. Das war das falsche... Es kann losgehen. Oh, tue, ja. Ach, Mann. Wir sagen darauf, als unsere Anhänger Brittle Tooth und Latch euer Rezept für lebendig gerösteten Crimson Raider mit Rüstung und allemal zum Stab. Und das Video von der Mahlzeit einfach nur... Wow! Aber da ist noch etwas Platz für einen Cover-League oder zwei E-E-S-Dition. Das war's für dich. Oh Mann, okay, ich muss echt noch wieder reinkommen. Ja, gerade, ähm, Control aufgenommen. Und, äh, da ist eben, ähm, F das, äh, Aktivieren. Und hier ist das halt, äh, die... Und hier ist das halt, äh, also wie ganz normal. Oh Mann. Du, 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 du. Du bist dabei, wenn wir die große Kammer öffnen. Ja, 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 ja! Oh, 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 oh. So, habe ich nämlich gerade seltsam geteppt? Wahrscheinlich nicht. Na dann. Oh, hey. Okay. Da kommen sie! Der Stickwurz-Club hat es mit seinen Opfern in den letzten drei Monaten immer in die Topfüte geschafft. So, äh, 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 das war ja nicht ganz so, uh, lecker. Nicht ganz so erfolgreich hier. So. 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 das ist so da haben wir gleich ja abgeschossen okay Jetzt noch was und das noch was und das noch was. Heiliger... Ein weiterer perfekter Livestream unserer unfehlbaren Gottkönigin Tyreen. Die heilige Rundfunkstation steht nun wieder offen für eure Beichten und Hautspenden. Hautspenden. Okay. Hier gibt's kein Schwitzen, sondern Spritzen. Doktorsitz, mobile Klinik. So. Also, Level 7, Level 6. Das kann ich gut gebrauchen. Ja, ich weiß. Falls du auf einen Lutsch erwartest... Palim, Palim. So. Okay. Okay, gut. Was auch immer das war. Ah, ah, oh geil, komm ich jetzt eher... der Bad Boy-Dings-Star. Und es gibt da halt so einen, ähm, so einen End-, äh, also so einen, so einen Boss-Typ, der, ähm, das war auch in der Beta zu sehen. Ich brauch einen Moment! Ja, ich lass dir den Moment. Ähm, genau, der, der mit, äh, Schallwellen angreift und so. Oh, hi! Ohm, ich hab dich doch gedacht. Äh? Du hast ihm eine falsche Frau ausgesucht. Ein ruhmreicher Tod! Uh, ein Zweifer. Ihr werdet sterben! Sehr gut. Ich hab' ein Geschenk für dich! Ich will auf die Flamme, haha! So. Warte mal. Da werd' ich doch einmal glatt, die da, gegen den Sniper tauschen. Boah, der... Ja. Hä? Ich hab' nur ein ganzes Mal gesehen, der Händler, bei mir. Ähm... Ja, das ist die Euro von, ähm, Borderlands 2 ist halt da schon ein bisschen, äh, besser. Mit dem Sniper. So. Uah! Naja. Warte mal, ich werde mal kurz, äh, okay, ist alles, äh, auf volle Lautstärke. Ja, Sniper, ich weiß nicht, ob ich auf Sniper gehe, weil die, äh, mein Charakter ist halt, äh, nicht so, der, der Sniper. Ja, ich weiß nicht, äh, da war keiner in der Hand verlaufen, äh, oh, 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 oh ist er da gut da muss ich noch ein bisschen also er hat in der der meck ist halt der richtig geil für zum tanken ich fände es echt schade dass hier nicht wirklich der nächste bitte dass es hier nicht so einen sniper gibt und und Bringen wir es hinter uns. Dieser Planet ist doch sowieso scheiße. Das ist doch cool. Jo, paar Spinde. So. 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 viel Geld und zu wenig Blut, dann bist du hier richtig. Danke, ich greife gerne darauf zurück, wenn wir die Anästhetika ausgehen. Ja, den sind einfach... verkaufe ich nochmal, weil das ist nur so ein... so ein Außer. Also so ein Coward, das ist, äh, schuldig. Äh... Mehr schießen! Mehr schießen! Gut, dann... Warte, Waffenschild, Kapazität, zwischen vier Salbe und Halbautomatik. Ja, dann mache ich das mit, äh, Waffenschild. Ja. Gut, dann würde ich sagen, Cliffhanger und wir machen den Big Boss dann die nächste Folge, äh, morgen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Bye, bye! Tschüss. 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 Tschüss.